Die Unterschiede beider Kameras sind auf den ersten Blick deutlich zu sehen. Während das Einsteigermodell mit wenigen Bedienelementen auskommen muss, kann das teure Modell mit einer Vielzahl dieser Bedienelemente punkten. Der Vorteil ist, dass die Funktionen schneller erreicht werden können, ohne dabei auf das Hauptmenü der Kamera zurückzugreifen. Die Größenunterschiede sind allerdings im Inneren zu finden. So sind die Verschlüsse der Kameras für mehr Aufnahmen ausgelegt. Auch bietet dir in diesem Beispiel das teurere Modell mehr Funktionen, einen größeren Pufferspeicher sowie ein besseres Autofokussystem.